Und ein 3-2-Panther? Ach, der Wildnis? Mödler? Oder doch den... ...Doku-Spaar? Dina, äh... Schwierig. Das ist Kraft gegen Heilung. Also, das wird sich halt an alle aus. Aber hab ich nicht viel draußen. Ist der mir hier ein Schwächer eigentlich? Nein, danke. Jetzt mal der Lächel in die Karte. Oh, epic drop. Und jetzt? Gute Frage. Monyxia bringt halt 1-1 Welpen rein. Was prinzipiell erstmal gar nicht springt. Weil... Es könnte maximal plus 6 Welpen reinkommen. Das ist so ein bisschen wenig. Ja, also wenn das Board leer ist zum Beispiel. Der Drache ist natürlich cool. Mit Zaubermacht 5, ganz klar. Und dann... ...könnte ich nur mit dem hier 10 Schaden machen. Das ist natürlich super. Aber ansonsten habe ich ja nur noch Zorn, der direkt Schaden macht. Und Klaue macht zwar auch mir Angriffskraft. Ich habe Schaden, aber das ist nicht so gut. Und ich werde mich für Sylvana entscheiden. Die stirbt. Dann übernehme ich die Kontrolle über einen zufälligen feindlichen Minieren. Aber die spielen mal nicht so früh aus. Wenn die stirbt, kann das nicht so ein schwacher Minieren sein. Komm. Ich darf ja auch dreimal verlieren. Und wie ihr seht, ich habe nur Gold, um es nochmal zu versuchen. Also schauen wir mal, was passiert. Ich darf nur zweimal verlieren. Beim dritten Mal verfällt das Deck. Muss ich jetzt Glück haben, dass mir ein schwacher Gegner zugeordnet wird. Das ist natürlich immer ein würdiger Gegner. Ich muss vor allem Glück haben, dass man jemanden findet, der Arena-Modus spielt. Ah. Gela. Gela. Glaub ich jetzt nur... Malfurion gegen... Lass die Jagd beginnen. Ich muss die Wildnis schützen. Warte. Richtig war es. Bestehen. Ich kann bereits nur unterzuheben. Ich kann bereits nur unterzuheben. Hier. Hier recht stark sein. Gela. Okay. Nee, ich weiß jetzt nicht mehr. Das ist schon im Prinzip gut. Da ist der Runde eins nicht zufrieden. Und dann zwei für uns sind Helden. Heiß. Sieht gut. Na denn. Dann spiele ich die Brüder der Suf. Knappe, mir zur Seite. Job done. Bereit, mein Herr. Yeah. Ein... Oder wie auf Englisch heißt, Squire. Und das Schöne ist, er kann mit seinem Pfeil meinen Helden angreifen. Legt euch nicht mit Zorger an. Ja. Wir sind die Runde dran. Wir sind die Runde dran. Sollte mal noch mal dazu sein. Wir sind die Runde dran. Ich werde jetzt was zu teilen. Ja, doch, 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 doch. Mal eine Natur. Ich frage mich, ob... Vier Alten oder vier Leben? Quatsch. Vier Leben. Auf ihm. Auf in die Schlacht. Job dann. Aber da seht ihr auch irgendwie... Das Dingo. Ja. Das Dingo. Ja. 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 Äh. Wenn ihr darauf besteht? Ich werde doch zweimal lang. Wie gesagt, ich werde hier helfen... Auf in die Schlacht! Ich mach ihn fertig gleich sonderrucke 5. Knappe! Mir zur Seite! Bereit, mein Herr! So einfach ist dir nicht. Auf in die Schlacht! Job's done! Das wird ihn ordentlich, ordentlich fertig machen. Auf nach Norden! Wahnsinn. Ja, dann sage ich noch mal Dankeschön. Wo soll ich zuschlagen? Ja. Hm, ich könnte den klacken, dann habe ich noch eine Liebesgruppe. Und dann riskieren das für mich. Aber das ist okay. Aber das ist... Oh, Mist. Verdammt. Die Tore sind geöffnet. Ja. 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 Ich habe meinen ersten Kamen spektakulär gewonnen. Einen Sieg habe ich schon. Ja, und ich habe mit dem Ruinen gespielt, deswegen kann ich mir meine Sachen geschafft. Ja, und jetzt versuche ich mal das, was den Leuten bei dem Arena Livestream damals nicht gelungen ist. Den Leuten vom Dissert meine ich. Ich versuche mal noch einen zweiten Sieg zu machen. Okay, ich habe etwas Vertrauen in meinen Denkenmann. Ich glaube die drei Marken der Natur sind echt gut. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das erste Spiel, die natürlich zu meinen Gunsten kostet, aber ich hatte auch Glück. Mein Diener ist jetzt... Malfurion gegen... Eure Zeit ist gekommen. Ich muss die Wildnis schützen. Sehr gut. Das ist alles, was gut ist. Ich bin ein Lieberkopf. Ich muss nicht sowas tun. Ich kriege nur da so zwei Schaden. Ich habe... Das ist die Frage, ob sich ein Zocker verziehen, um eine Karte zu ziehen. Oder ob ich lieber meine Wähigkeiten nicht brauche. Ich habe meine Wähigkeiten einsetzt. Riecht zwar ein Schaden her, aber... Ich kann dich noch benutzen und stärken, um eine Platze zu machen. Ich habe keine Ideen zu verhalten. Ich bin ein Schaden, um eine Karte zu machen. Sie können einen Schaden zu halten. Ja, außerhalb der Ruger total der Klasse. Ja, genau. Da muss ich grad schon was her. Okay. Für den Pack dahinter. Job done! Sehr, sehr gut. Äh... Oh, die NKD-Pack. Doch, die NKD-Pack. Ja. Na ja, ich weiß. Ja, ich weiß nicht mal. Ich weiß nicht, sie hat ... Ah! Du hast ja nicht. Du hast ja nicht dabei. Dann gehen wir da hin. Bitte verraten Sie das jetzt. Ich weiß nicht, ich weiß. Du hast ja nicht mehr. Du hast ja nicht mehr. Stimmt! Das ist schlecht, der Herr. Ah, ich habe jetzt verschiedene Optionen. Ich werde jetzt... Kneipe, mir zur Seite! Bereit, mein Herr! Job's done! Wenn das Ding noch keine Angriffskraft hat, dann kann ich es noch relativ einfach angreifen. Ah, Gottes Schild, Leute. Diese Erinnerung wesentlich stärker als andere. Obwohl sie schon gar nicht so groß aussehen. Das freut mir mir also nicht zusammen. Das ist doch... Oh, ich habe vier Maler zu machen. Ich könnte jetzt... Achso, den abschießen bringt nichts. Ich muss also warten, bis er irgendwie anders Schaden bekommen hat. Ja, ist natürlich gut. Könnte ich ja nicht so gut sein. Ich werde noch mal auf den Schluss, pH darauf schießen. Ich werde noch mal ran. Achso, was ich ja nicht so gut vor? Ich werde dich auch ein bisschen anschauen. Ich werde mich voll mit Gewalt. Schöne, ich werde dich. Ich werde mich zu verlaufen. Ich werde mich noch nicht so gut mit.